Jesus, Herr de Grob, der hat den Hintergrund. Ich sieht hier treu aus, mit dem Gott. Gott, der mit dem grünen Dienst hat er mir zu sagen, Alexander. Ja, der hat ja den Gottesdienst gesprochen. Aber ich kann nur einzelne Worte verstehen. Guck mal, dieser Stuhl ist ja auch toll. Guck mal, hier ist der Kanzlerweich. Nee, der Hauskahn. Oh? Ja. Ja. Guck, das haben wir schon gar nicht getan, oder? Ja. Jetzt hole ich mir noch einen großen Kuchen. Diese Ausstellung von Bruce Naumann muss man da nicht sehen, weil dem Milliardär da ist immer ganz wenig nur zu sehen. Das ist so minimalistisch. Ist das hier? Ja, da in der Spitze. In welcher Spitze? Die Spitze, das ist doch die Spitze vom Haus. Mal sehen, was hier drin ist. Lässt man lieber hier, falls das jemand braucht. Ja. Braucht wahrscheinlich keiner. Wir haben sie ja nicht von der Nase genommen. Aber hier sind wir damals Vaporetto gefahren. Das waren noch andere Zeiten. Es wurde auch immer teurer, das Ticket. Morgen wird wieder gutes Wetter. Ja. Ja. Ich bin glücklich. Und wie heißt dieses Költen hier? Basilica de Santa Maria de la Salute oder so. Aber richtig genau aussprechen kann ich es nicht. Guck mal, dieser Hund. Halb so groß wie eine Katze oder ein Dritter und ein Nerz. Die wollen da auch gar nicht. Guck dir den mal an. Guck, und der kommt gleich, glaube ich, in die Tasche. Ja. Ich glaube, er darf nicht. Dann läuft der Oma da noch inzwischen die Füße. Das darf er doch nicht. Die Alter hat auch einen Nerz an. Jetzt kommt er ihn hoch. Er versteckt ihn in seinem Dekolleté. Ach ja. Das ist ja auch abenteuerlich. Das ist hier die beste Wohngegend. Das ist hier die beste Wohngegend. Ich weiß es nicht. Das ist hier's. Ich weiß es nicht.